So, was geht Leute? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal C9RC. Heute gibt es ein Video. Und zwar gibt es das Video wegen Playstation Spielen und so. Also, das nächste Video habe ich noch nicht erwähnt. Das kommt am Freitag. Kommt das nächste Video mit, glaube ich, Dennis. Da packe ich auch seine Videobeschreibung um. Also seinen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne auch vorbeigucken. Schicke ich es unten in die Videobeschreibung. Genauso wie Dennis Kali und Maltex. Könnt ihr gerne unten in die Videobeschreibung gucken. Da sind die verlinkt. Ich werde am Freitag, habe ich vorgehabt, Pflanzen versus Zombies zu spielen. Und zwar habe ich hier meinen ganzen Stapel mit Spielen. Hier, Pivot Set. Und hier ist... Ja, ganz kurz die Türe zu sparen. So, dass es in meine Brüder nicht reinkommt. Da kommt dann das erste Video Pivot Set. Aber leider nicht mit denen, sondern alleine. Aber ich schicke sie euch trotzdem unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne angucken. Es haben mich auch extrem viele gefragt. China, wann kommt das nächste Call of Duty Video? Das nächste Call of Duty Video kommt am Samstag. Ich habe zwei aufgenommen, aber die sind extrem schlechte Qualität. Man sieht da nicht alles. Ja. Das war es jetzt erstmal von Freitag und Samstag. Sonntag werde ich wahrscheinlich zu McDonalds fahren. Euch natürlich mitnehmen und so. Pipapo. Das habe ich auch öfters gesagt, aber ich habe es nicht getan. Ja, ähm, ja. Das war es erstmal fürs Video. Hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst es auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wird mich mega freuen. Ähm, ich benenne das Video. Kleine Info für Samstag, äh, für Freitag und Samstag. Also, F, R und S, M. Ja, ähm, tut mir leid. Nicht mein Bruder, wie. Ja, ähm, hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und dann würde ich mir sagen, auf Wiedersehen. Ciao Leute.